Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Kleid hier für diesen Look kreiert habe. Also ich habe eigentlich nur Sachen drangenäht. Es war ursprünglich ein Body, den ich vor Kleiderkreisel erworben habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die Muscheln habe ich mit Perlmutt Acrylfarbe angemalt. Hier stecke ich den Neck Holder zusammen. Und dann muss der Neck Holder noch an den Body angenäht werden. Für den Rock habe ich den Stoff in zwei Hälften geteilt. Dann habe ich ihn festgesteckt, in Rüschen gelegt. Und dann natürlich festgenäht. Die Muscheln sowie die Perlen am Rockteil habe ich mit Heißkleber festgeklebt. Nun habe ich den Rockteil so zusammengeschnitten, dass es ein Fokuhiler Rock wird. Jetzt habe ich auch noch den Body mit Farbe verziert, damit es einfach mehr nach Wasser, mehr Jungfrau aussieht. Und am oberen Teil werde ich nun die Perlen annähen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich gerne abonnieren und mir auch einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten würde ich sagen, ciao bis zum nächsten Video. Die Aufmerksamkeit